hallo freunde hallo youtube hier ist wieder euer hans heute mit einem weiteren sonntagstutorial und heute möchte ich euch gerne zeigen wie ihr ab dem sommerupdate eure spiele und apps wieder auf der liste einblenden könnt ihr dazu bitte zunächst in meine spiele und apps geht nun auf den reiter bereit zum installieren wenn ihr nun die spiel und apps wieder einblenden möchtet ihr ausgeblendet habt müsst ihr folgende tastenkombination in folgender reihenfolge durchführen und nun lb rb und x lasst diese danach los und schon werden alle spiel und apps ihr zuvor ausgeblendet habt wieder eingeblendet nun ist es damit nicht getan nun müsst ihr auf das spiel was ihr ausgeblendet habt noch einmal mit der menü taste drauf gehen und dann hier unten sagen in liste einblenden und wenn ihr nun wieder die tastenkombination lb rb und x drückt und dann los lasst werden die spiele wieder ausgeblendet die ihr in der liste ausgeblendet haben wollt und wie ihr seht wird nun das spiel was wir gerade wieder einblenden lassen haben wieder eingeblendet ich hoffe diese kleine info war für dich wieder einmal hilfreich wenn dem so ist dass mir gerne daumen da abonniere meinen kanal und keins meiner weiteren videos zu verpassen und mir bleibt nur wieder eins zu sagen ich danke fürs zuschauen euer hans ist raus cheers ö ö ö ö Vielen Dank.